Sehen wir im Fernseher nach. Mal sehen, was da läuft. Geh mal bitte alle Kanäle durch, ich werd ein bisschen nervös. Da ist er! Mike! Das Wichtigste muss sein, wie man es auch dreht. Das Wichtigste muss sein, dass man beachtet, wenn's um Kinder geht. Verflucht sei in der Tat. Der Fernsehapparat. Beim Besten wär's für jedermann. Man schafft das Ding erst gar nicht ab. Zinger von der Rotze! Zinger von der Rotze! Zinger von der Rotze! Zinger von der Rotze! Den Gripz im Kopf zerbröselt sieh. Und tötet jede Fantasie. Die Hirnfuktion und bringt sie um. Und macht die Kinder stumm und um. Hörst du, hörst du, hörst du! Und stopp, dem Kind fällt jedes Denken schwer. Und besser steht rein gar nichts mehr. Rein gar nichts mehr, rein gar nichts mehr. Das kleine Blubber trin und trin. Der Geist ist schwach, der Kopf ist leer. Augen sehen, umso mehr. Und weil die Virus nun versteht. Wir können für sein Wohl ergehen. Sein Wohl ergehen. Nichts tun, als Rat muss, um zu sehen, ihn groß zu kriegen, wenn ich recht noch menschlich bin. Geschieht's ihm recht. Nehmt ihn da raus.